Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Entschrouded, Teil 3 der Loschenen, in den Nomadenanhöhen. Der nächste sehr große Raum wartet auf uns. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns hier weiter durch hangeln werden. Okay, was ist hier los? Der Teleporter bringt mich vielleicht dann noch ganz oben. Gucken wir uns das mal, wenn möglich, von da oben an. Ah, okay, ich brauche zwei diesmal nur. Für die Tür. Mal rechts, mal links, oder was? Ich würde sagen, ich esse noch mal ein bisschen was. Und dann stürzen wir uns mal da rein. Warte mal. Ich glaube, jetzt wäre es Zeit für die Ektoplasmasuppe. Ich glaube nicht, dass wir noch länger als eine Stunde hier drin sind. Ich hoffe, es zu sein ist. Denn insgesamt bin ich schon eine gute Stunde jetzt hier unterwegs. Ach so, scheiße, das ist ein Nahrungsslot, ich Idiot. Ah, wie blöd. Habe ich den jetzt verschwendet? Ne, wir hatten gar nicht getrunken. Wir haben immer noch zwei. Der Schaden gegen erloschene, wäre schon geil, ne? Aber jetzt habe ich natürlich gerade was getrunken. Ja, egal. Komm. Wir gucken mal, was losgeht hier. Gar nichts? Okay, hier rollen jede Menge. Ist da ein Spawner? Ach, da ist ein Spawner drin. Scheiße. Das bringt mir dann ja nicht viel, die abzulaschen. Boah, hier ist auch einer. Alter. Okay, wie kriege ich dich auf? Vielleicht mit dem großen Schalter hier in der Mitte. Ey, geht dann alles auf? Da hinten ist auch noch eine Tür. Da gucke ich mal eben. Nee, sind das drei Gitter? Warte mal. Ach, da ist die Tür. Hä? Vielleicht bin ich lost. Alter. Okay, das wird ja ein ganz heißer Tanz. Da scheint nochmal etwas größeres drin zu sein. Ich muss erst die Spawner wegmachen. Let's go. Und hier rein. Ja, da war gut. Ist ja schön. Da ist der zu klop. Kann ich die irgendwie hier durchbaiten? Alter, hier sind überall Gegner, Mann. Alter. Oh, 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 nicht mich runterhauen. Okay, das ist gut. Ey, Alter. Okay, das läuft nicht gut. Nein, nicht in die Bälle rein. Brauche ich mal einen Trank rein. Da kommt der Zyklo. Ich muss weg. Oh. Bringt es irgendwas, die hier durchzulocken? Naja, die kriegen schon einen Schaden, ne? Ich einfach eine Weile laufe wie so ein Angesenkter. Oh, der... Ich habe keine Pfeile, Leute. Oh, wie viel sind das? Warte mal. Okay. Okay, ich muss... Oh. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll am besten. Tatsächlich. Ich glaube, ich laufe einfach noch mal ein bisschen und hoffe. Er ist instant bei mir. Wow. Das waren echt viele. Okay, wir starten hier oben. Äh, du bist erst links geflogen, ne? Sie ist ja in deiner... Gut, jetzt können wir dem... Das Ding wird eben mehr Schaden mal nehmen. Aber ich bin nicht überzeugt, dass mich das sehr viel weiterbringt. Okay, du kippst dir mal das rein. Dann gerne... Den noch? Dann müssen wir ein paar von den Dingern zünden. Oh. Mehr haben wir nicht, ne? Pfeile sind leider ultra wenig. Aber wir haben recht viele von denen hier. Okay, let's go. Sind die jetzt alle da schon? Ach, ihr seid da. Ich bin so ein Depp, ey. Aber der Rest ist weg. Ne, da sind noch ein paar Hunde. Höchste Zeit, dass wir bei ihm mal ein bisschen Damage machen. Wir haben wieder einen schnellen Schritt drauf. Ein Zollkohle später ist mir jetzt erstmal Latte. Die Eds nerven echt heftig. Ich hoffe, ihr stirbt gleich nochmal was. Boah, er macht aber auch einen Schaden. Schade ist mir. Oh, ich bin. Oh. Oh. Schade ist mir. Können wir uns da haben, ja? Okay. Meine Chance Ja, er ist tot Muss ich den eigentlich komplett hier noch killen? Ey Oh, meine Teile sind nicht schlecht Ich glaube, die haben den Unterschied gemacht Erstmal lupen Oh, oh Gott Sonst gehe ich jetzt mal lieber nicht Vor allem brauche ich meinen Kram Jämmerlich gestorben hier, aber gut Wenn der jetzt nicht so weiß, was auf dich zukommt Aber den ersten haben wir Ich klopfe den jetzt auch weg Einfach, weil ich einen Scheiße finde Und der mich verprügelt hat Ey Du stinkst doch Okay So, gibt es hier noch Belohnung für den Stress? Oh Das Problem sind wir noch nicht So wahnsinnig viele Pfeile habe ich nicht gebraucht Ich glaube, wenn ich meine ganzen Totenköpfe hier auf die Reise schicke Dann wird das deutlich leichter Dann wird das deutlich leichter Da ist nochmal einer Was ist das hier noch? Was ist das hier noch? Nichts, das heißt Den hätte ich vernachlässigt Aber sonst gibt es hier nicht viel In dem Bossraum noch Was ist das für eine Verarsche? Lass mir Den Hintern auf Und was gibt es? Irgendwie komme ich jetzt wohl wieder Auf die andere Seite So, ich müsste einfach da zum Teleporter segeln Ich glaube, wir haben es hier, ne? Wie viele Pfeile hätte ich denn noch? So viele habe ich jetzt gar nicht gebraucht Okay, beim nächsten zünde ich einfach ultra viele Totenköpfe Bin mir ziemlich sicher, dass es auf der anderen Seite eigentlich genauso sein wird Habe ich jetzt ein Ding weg? Ja Okay Ein Boss besiegt Eine Rune weg Dann gehen wir auf die rechte Seite Lass mal gucken, ne? Ich glaube, es geht ja jetzt nicht sofort los Oh Okay, hier schon mal keine Feuerwehr Hier gibt es über Spitzen Jo Da ist er schon Der Typ unserer Wahl Bringt es fast ein paar vorher, durchs Gitter abzulöschen? Aua Ein bisschen Schaden kriege auch Das ist ja so ein paar Wir sind ja genug da Ja, guck mal Drei Räume mit den Biastern Dann versammeln sie sich Danke Das sollten sie übrigens dringend mal fixen Dass man da durchbrüllen kann Ich meine, ja, da gibt es einen Spawner Aber ich glaube schon Dass man dadurch einen kleinen Vorteil hat Ach, hier lehnt es sich nicht ganz so sehr So, jetzt lass mal Bevor wir zu viele nachspawnen Mal direkt aufmachen Wie kann man denn? Hier ist gar kein Spawner drin Äh Hier glaube ich auch nicht Das geht jetzt erst auf Ne Ach, die gehen nacheinander auf Hier ist einer drin Der Boss ist noch nicht da Jetzt geht das erst auf Alles klar Oh, das mit den Spitzen Ist ja schon mal nice Ach, Arsch Du willst mich rein Ruhe lassen können Okay, da ist er Möglichst ordentlich gleich Damage rein Und dann einfach Dann einfach Daumen drücken Ich glaube, das hat tatsächlich was gebracht Scheiße Oh Gott Oh Gott Ich brauche Ausdauer Zauber irgendwas Okay, die muss ich erst mal aufbauen Oh Gott, das dauert doch drei Stunden Ah, er kämpft mit meinem Dinger Warte mal Äh, warte mal Da kannst du noch ein paar mehr von haben Ich habe nämlich nicht so viele Pfeile Ah, kein Mana Moment Das ist aber garstig Nein, das ist schlecht Lenkt ihn mal bitte ein bisschen ab Dann theoretisch könnte ich mal Mana Oh, das war knapp Oh, das war knapp, Alter Geh mit deinem Zahnzocher Äh, Zahnzocher Zahnstocher Beruhig dich, Floki Alles wird gut Scheiße Ich brauche Mana Um die Dinger zu zünden Au Au geht nicht kann noch nichts finden ja wer stirbt dankeschön wie krass also werden wir erstmal looten, glaube ich ganz cool noch ein geilster streitkolben weiß nicht ob man den abbauen muss man kriegt ja eigentlich gar nichts dafür war allerdings auch eine ganz gute idee scheiße da ist noch ein sensemann oder glaube ich schwierigkeiten nein keine riesen knarrenpfeile bitte gut trotz dass wir so wenig feile mit hatten hat es dann doch funktioniert jetzt bin ich mal gespannt was jetzt noch auf uns wartet muss man hier mal ein bisschen lüge mitnehmen und dann nix wird durch die barriere wollen wir nochmal im postraum gucken ob es jetzt hier was gibt wahrscheinlich nicht ne dachte ich hab was gehört hier gibt es echt rein gar nix naja dann mach was du willst ich gehe so wir müssen zurückflattern auf die plattform ein bisschen auszaubern das war ganz schön panisch aber hat dennoch ganz gut funktioniert durch die hier die pfeilen die es eh schon gibt kriegt man es hin und die köpfe haben ihren teil beigetragen beschwörten schädel und so ein paar pfeile dann siegt man den schon war es aber schon ein bisschen tricky wenn man nicht weiß was er mal hinzukommt war es schon wild so wie geht es jetzt hier weiter Junge Junge was für riesige Dinger mal nicht die heilen ich glaube ich glaube wir haben es sieht schwer nach der Belohnungstruhe aus und dem Teleporter nach draußen aber wer weiß das schon legendärer Silberschussbogen kann ich sogar noch mitnehmen hier noch was finde alle Handwerksrezepte in den Hallen der Loschenen zum Beispiel Das war's, ne? Ist der Eingang. Wie immer bin ich unsicher, aber... Ah, wir sind durch. Oh, da wollen wir nicht lang rum. Wir gehen direkt nach Hause. Wir haben's geschafft. Auch die dritte. Warte mal rechts. Ah, ne, das Refugium hole ich jetzt nicht. Ich reise jetzt erst mal nach Hause. Können wir noch mal eben gucken, was die Leute dazu sagen. Ah, gut, du nimmst es so hin, ne? Aber der Sammler wird wohl was zum Melden haben. Guck mal eben. Ne, hier nicht. Dann gehen wir erst mal runter. Hier war's noch was eingefallen. Begrabene Knochen im Sand der Zeit. Du bist schon weit gekommen, aber wir dürfen nicht rasten. Höstliche Angst entweicht ihn und wandert von jenseits des Schleiers bis zu meinen Ohren. Erreiche die müden Sande im Osten, zerreiße sie völligst. Gleite, sammle, gewinne. Jo, die nächsten Hallen stehen an im Ödland. Wir können den Knochenschlüssel auch direkt bauen. Bauen wir auch schon mal. Bessere Ektoplasmasuppe. Wo hängt sich das? Mehr Lebensraubchance und mehr Schaden gegen die Erloschenen. Ich glaube, der Lebensraub hat mir vielleicht auch ein bisschen was gebracht, eben beim Bossfight. Oh, jetzt können wir die etwas besseren schon machen. Knochenmehl, Metallschrott und die Splitter. Okay, von den Splittern müssen wir vielleicht doch mal... Kann man schon noch ein paar gebrauchen. Jo, den Gruftthron. Da müssen wir uns zwei Edelsteine für herstellen. Da glaubst du aber, dass ich mir den Thron direkt baue. So, was haben wir denn bekommen? Jedenfalls die Ektoplasma-Blöcke. Sind diese Fenster und sowas alles, ne? Habe mal eine Schemel. Wo stellen wir den denn mal hin? Auf dem Balkon ist ein bisschen knapp, ne? Da würde ja auch gut hier hin passen. Ui, jo. Also eigentlich würde er am besten in den Keller passen, aber... Ist ja nicht der Sammlersthron. Ist ja meiner. Ah. Hehehe. Haben wir uns auch ein bisschen verdient jetzt, nach der Tour. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich sortiere mal ein paar Klamotten aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Klamotten sind wegsortiert. Ich war in der Zwischenzeit auch nochmal ein klein bisschen Holzfaden. Damit ich, ähm... Ja, Kohle herstellen kann für die... Eisenschmelzerei. Hier habe ich nochmal ein bisschen Wäsche angebaut, dass wir auch Äste kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Pfeile. Und ich würde die Gelegenheit nützen, wenn wir jetzt gerade mal in der Base sind. Wir gucken mal, was wir komforttechnisch noch aufwerten können. Und zum einen würde ich gerne nochmal ein paar Trophäen aufhängen. Aber da gucken wir auch mal direkt. Na, wir gehen kurz mal zur Jägerin. Hier dürfte mittlerweile auch ein bisschen Stoff durchgerödelt sein. Nicht so richtig viel, aber naja, besser als nix. Was hast du an Deko-Geschichten? Hier sind die Stoffe, die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ein bisschen Polsterung vermutlich auch. Müssen wir mal sehen. Was wir uns da jetzt bauen wollen. Sie hätte auf jeden Fall mal hier schon mal einen geileren Teppich. Ah, und ein paar Trophäen. Ja, hier können wir auch ein paar Trophäen noch bauen. Wir haben den hier auf jeden Fall. Den würde ich mir unbedingt bauen wollen. Unser einäugiger Freund aus den letzten Runden in den Hallen der Loschenen. Das ist zwar nur eine eine Komfort-Trophäe, aber kommt besser als nix. Wir haben übrigens aktuell 42 Minuten als Maximum. Mal gucken, was man da noch so rausholen kann. Den haben wir leider nur einmal bekommen. Damit mussten wir die Flamme aufwerten. Aber den gucken wir uns mal an. Das ist bestimmt auch richtig hässlich. Und die Brutse hier würde ich auch nochmal nehmen. Oh, da brauchst du drei Köppe für. Oh, der sieht bestimmt in Bronze auch nice aus. Na gut, die Bronze-Sachen. Weiß ich nicht. Wir machen erstmal die Normalos. Da haben wir jetzt eine ganze Menge am Start. Ich glaube, wir haben ja erst zwei aufgehängt. Unsere Trophäenwand. Da musst du auch nochmal gucken, wie du das besser ausleuchten kannst vielleicht. Da würde ich hin. Mach das mal hier rüber. Das ist auch eine relativ kleine... Alter, die passt gut in die Mitte, muss ich mal sagen. Ach, da bist du scheiße hässlich, Mann. Das ist doch nicht der in Ernst. Na gut. Oh, der ist auch ganz schön groß. Fast unsere Wand wird mittlerweile ein bisschen klein. Mal gucken, wie ich da überhaupt noch... Der ist ja winzig. Muss unten vielleicht noch ein größerer hin. Und Madame klemmen wir dann einfach da. Okay. Wie beleuchten wir das? Einfach mit Fackeln? Wäre, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Aber wir gucken mal, was es hier noch alles gibt. Guck dir an, wie viel Lichtquellen der mittlerweile hat. Das ist der Wahnsinn. Ne, ich hätte gern diese neuen Dinger. Äh, die hier sind doch geil. Na, brauchen wir Leuchtbewuchs. Schleim ist nicht so das Problem. Eisenbahn, Kohle, Leuchtbewuchs. Hm, könnte ein Problem werden. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Da muss ich mal welchen besorgen. Brauchst du eine Wandfacke. Ne, Kerzenhalter kommt da nicht in Frage. Brauchst du eine Geruftkronleuchter? Oh, hier gibt es so viele coole Sachen. Große Steinfeuerstelle. Nur mal so zum Angucken. Nehme ich mal die beiden. Ah, die drei sogar. Das kostet ja nichts. Aber ich hätte schon gerne, äh, von denen hier was. Also brauche ich nochmal Leuchtbewuchs auf jeden Fall. Wir gucken nochmal kurz, wie... Alter, okay. Ey, krass, geil. Wie ist das denn klein? Das ist ja ganz schön klobig, ne? Aber ist okay. Ne, die würde ich hier eher nicht machen. Könnten hier nochmal ganz gut hin. Was ist das? Sieht irgendwie schief aus. Na gut, der Boden ist halt auch schief, ne? Wie sonst was. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal ein Fundament hin klatschen, dass das vernünftig aussieht. Hm. Oh mein Junge, ist das klobig. Ach, das kriege ich hier gar nicht. Das kriege ich hier gar nicht hin, wie ich das wollen würde. Das ist ja vermutlich zu groß für das Teilchen. Ah, vielleicht muss ich nochmal ein bisschen was umbauen. Hm. Ja, warte mal. Ich hole mal kurz. Nochmal Material. Ich gucke eben Leuchtbewuchs. Normale Steinblöcke. Ich glaube, die habe ich genommen bei der Jägerin beim Haus. Ne, Leuchtbewuchs kriege ich hier nicht mehr. Den habe ich nicht mehr am Start. Muss ich dann zum nächsten Mal besorgen. Wie lange hatte ich denn meinen Bauhammer jetzt eigentlich nicht mehr in der Hand? Ah ne, das ist der falsche Stein. Warte mal, welcher war denn das? Der Schicke oder so, ne? Habe ich noch schicken Stein? Schick. Aber viel zu wenig. Ich muss mal kurz checken, ob das der auch war. Wat? Ne, ne, warte mal. Hm, so. Ich würde sagen, das war der. Da brauchen wir... Noch so 300. In etwa. Schicker Steinblub. Heckstein war das? Ich hoffe, das passt jetzt auch. Oh ne, das ist nochmal ein anderer. Das soll ein Steinblock sein? Guck mal. Ach so. Das sieht ja auch cool aus. Ja, lass das mal so. Jetzt nehme ich nochmal so eine Medium Steinfeuerstelle. Medium Steinfeuerstelle einmal. Wie sieht's aus mit... Zäune? Steinzaun. Machen wir uns mal ein paar und gucken uns mal an, wie das aussieht. Das passt wahrscheinlich jetzt nicht so gut zusammen. Aber ich will mir halt die Teile selber mal angucken. Ähm. Warte mal. Stehst du so? Ja. Du stehst so. Wie sehen denn jetzt hier die Zäune aus? Das ist ja richtig Schrott. Äh. Da muss ich aber gleich nochmal gucken, ob ich jetzt hier die Ecke nicht ein bisschen geiler hinkriege. Äh. Nee. Wie sieht's aus? das sieht ja ultra kacke aus müsste ich ein bisschen dichter zusammensetzen also vom gesamtbild her schon okay ich wollte oben immer noch ein fenster einbauen seit ungefähr 40 folgen habe ich noch nicht gemacht damit es ein bisschen symmetrisch aussieht mal gucken was da noch so kommt aber eigentlich wollten wir an den komfort ran der schreiner hat ein richtig geiles bett glaube ich wir haben das hier mit drei komfort und das geile ding hier hat mal doppelt so viel das nehmen wir auf jeden fall das schöne palmer als bett haben wir auch schon öfter mal gesehen in der ein oder anderen stadt die bilder finde ich jetzt nicht ultra hübsch und zwar eigentlich alle nicht passen so ein bisschen in die zeit da war es jetzt noch nicht so modern gemalt aber für mich ist das nix aber hier guck mal er hat noch ein geiles badezimmer equipment ich habe immer noch die öl und hölz sachen da verdoppelt sich der komfort auch nochmal ich brauche ein bisschen kohle und dann richten wir uns auch nochmal ein neues badezimmer ein ich bin mal gespannt was der komfort dann sagt kohle rauscht hier durch und eisen müsste auch schon wieder am start sein als ich da noch was brauche erstmal alles angeboren ein steinbecken ein klo und die badewanne was das hier noch nehmen wir uns auch noch mit dann geht es weiter so eine eisenbank ist auch echt krass hier ist sogar noch mal ein galatron bessere stühle so einen kamin hätte ich auch gerne aber ich weiß noch nicht so genau wo ich den reinbaue der würde ja eigentlich beim schreiner passen oh ja warte ich glaube wir haben so einen tisch mit drei komfort der hat fünf der auch ich würde lieber den kleineren nehmen palmholztisch nehmen wir mal die können wir uns noch stühle leisten oh die brauchen polsterung die sehen nicht gut aus finde ich ist auch noch mal ein thron mit fünf der hat sogar sieben das ist krass stühle ersetze ich glaube ich später wir haben die hier mit drei komfort wir können noch mal ein bisschen aufhört na wir gucken mal wie weit wir jetzt so kommen ach so ich brauche noch einen zweiten obwohl ob ich das hier so lasse das weiß ich noch nicht mir fällt mir jetzt nicht ultra gut das kann man so als wegbeleuchtung vielleicht mal stellen oder hier irgendwo neben die häuser aber hier finde ich es ein bisschen klobig passt auch vom material nicht der zyklop ist krass so warte wollte ich oben nochmal was austauschen entschuldigung das hier nehmen wir weg das ersetzen wir einfach mal jetzt hier durch ein girlhouse zeug das kann ich auch direkt löschen ich glaube nicht dass ich das nochmal irgendwo groß verwenden werde ist mir zu hässlich dusche ist neu die müssen wir irgendwo unterbringen hier ist nochmal ein anständiges klo und der tisch fehlt noch ach so das bett muss dann auch weg nehme ich den tisch erstmal auf den ersetzen wir hier mit dem hier nein so nicht gerade nochmal umgesnappt der sack ja gut die stühle werde ich dann eh nochmal mittiger setzen aber das schon so machen und dann das freshe bett hier rein eins weiter hinten vielleicht noch muss ich dann mal gucken badewanne bleibt hier drunter würde ich sagen ach so warte mal was alter wie groß ist denn die dusche sollen wir das hier irgendwie dran bauen eigentlich ist es auch scheißegal dusche mache ich hier ist ja ein holzboden ne das läuft da durch das muss hier aber noch ein platz für das ähm einen kanonenofen hier finden ach guck mal das ist ja richtig klein das würde ich aber mal so hier mal hier den duschvorleger ein bisschen anders platzieren können wir ja eigentlich auch noch einen besseren bauen was war was hatte ich hier nochmal ach so nochmal eine kleine feuerstelle jo wir haben 56 minuten jetzt und wir sind dann lange nicht am ende das ist ja krass wie sieht denn das hier halt hier aus das kannst du eigentlich mal wieder einrösten lassen das ist halt dasselbe material ne aber kommt jetzt auf jeden Fall nicht so klobig wie das ding da gefällt mir die kleine ans lichtspender glaube ich noch ein bisschen besser wenn du jetzt sagst du willst hier hinten einfach noch mal ein bisschen beleuchten schau hier gehts hier gehts aber dann machst du es halt erstmal hier hin okay so eine kleine flamme brauchen wir jetzt nochmal ich hoffe das material ist noch da die war es ne ja ja im dunkeln ist das große kabinett ja hier durch unseren flammenaltar schon ein bisschen beleuchtet da sind sie mehr hatten wir da jetzt nicht ne zwei vier fünf stück für die für den Öllichtwurm haben wir keine Trophäe ach hier so ein Gladiator was sind jetzt alles die bronze den haben wir die haben wir da haben wir leider keinen Kopf den haben wir den haben wir noch nicht und das ist Woody die haben wir und den haben wir auch okay ups dann kommst du jetzt auch noch dran ah ja guck mal das ist so nice unser ganz persönliches Gruselkabinett passt ja auch von der Größe her mal gucken wenn da noch einer dazu kommt so okay dann soll es aber erstmal gewesen sein für die Runde um den Komfort ein bisschen erhöht sind wir durch die Trophäe jetzt sogar noch auf ne Trophäe hat jetzt tatsächlich doch ne 56 Minuten ja gut das kriegen wir aber easy durch ein paar Stühle und paar andere Möbelstücke noch deutlich erhöht oh über eine Stunde können wir auf jeden Fall ihr Lieben dann herzlichen Dank fürs reinschauen das soll es gewesen sein für die Runde äh ich würde ganz gern noch ach so ja warte mal das Tier hätte ich gern gehabt ne da fehlt uns noch ein Punkt dann kriegen wir nochmal ein paar Stärkepunkte dazu das heißt beim nächsten Mal würde ich noch ein paar Wurzeln abfarmen wir haben ja noch so einiges offen die Fragezeichen hier dürften ja alle noch Wurzeln sein plus die Elixierbrunnen die wir noch gar nicht waren also das ist ja jede Menge an Punkten zu holen würde ich noch ein paar machen dass wir das ausgelevelt haben was wir gerne hätten und dann äh jetzt hier hin ne puh das wird ja wieder mega werden die letzte Halle der Elixierbrunnen ich hab gehört die ist nochmal ein Zacken übler mal schauen ob wir es schaffen aber erstmal holen wir uns noch ein paar Fähigkeitspunkte danke fürs reinschauen bis zum nächsten Mal ich freue mich auf euch macht's gut bis denn Tschüssi